Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind hier ja bei Joshua zu Hause offensichtlich. Ich schaue mich erstmal um. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, warum ich hier bin. Okay, Johnny, du hast nie was zu sagen. Die koptische Bibel. Alles ziemlich religiös. Und Joshua hat ja einfach Bill umgebracht. Eigentlich den Typen, der uns angehört hat. Zulaika Elhamar, Pastor Stevenson, also im Nachhinein erkenne ich nun, dass sie mir den bestmöglichen Rat gegeben haben, Vater. Liebe ist das beste Heilmittel und Vergebung, befreit die Seele. Ich fühle mich gestärkt von den mutigen Schritten, die ich gemacht habe. Aber noch mehr Stärke finde ich darin, wie das Senfkorn treibt und wächst. Ich danke ihm zutiefst. Zulaika Elhamar, Pastor. Heute habe ich das Evangelium gehört. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden. Es sei denn das Zeichen des Propheten Jonah. Ich erkenne jetzt, dass Nazi-TV-Ninive noch ihren Propheten erwartet. Viele von uns tragen unsere Kreuze, als seien sie wir unsere eigenen Propheten, von anderen vergessen und unbeachtet. Ist unter uns denn keiner, der das Senfkorn werden mag, auf des Nässtens eines Tages Vögeln nisten werden? Nach Rubens Tod sind meine Tage verdunkelt und ich bete, dass der wahre Pfad sich mir zu erkennen geben wird. Ich hoffe, dass ich eines Tages aus der Höhle des Löwen entkommen und das Licht erblicken werde. Besuch bei meiner Mutter. Vater, danke für Ihre trösten Worte. Es ist immer noch schwer, zu meiner Mutter zurückzudringen und unser Verhältnis war angespannt. Wenn sie ein wenig Zeit haben, wäre ich dankbar, wenn sie uns nächste Woche besuchen könnten. Vater, es ist so schwierig, Jesus' Beispiel zu folgen. Nach so vielen Tagen ist der Schmerz genauso unerträglich wie zu Beginn. Unser Herr sagte, lass die Toten ihre Toten begraben, aber ich muss unentwegt an den Tod meines Bruders denken. Wieso ich die Worte gehe, du aber hin und verkündige das Reich Gottes interpretieren? Bedeutet Erlösung durch Leiden, dass ich Trost in meinem eigenen Schmerz finden werde? Hä? Hey, wei Champion, dein Gott, dein Koroshi. Die kautolische Kirche hat sich offiziell nie zu Implantaten geäussert, aber gemessen an der Verbreitung von verschiedensten Körpermotiplikationen unter dem Klerus ist es wahrscheinlich, dass ebenso wie in anderen christlichen Glaubensgemeinschaften... So habe ich schon mal gelesen. Aber wir haben noch einen anderen Splittel. Vorhin aufgenommen die Bibel, irgendwas... Notizen... Die kautische Bibel, das Henochbuch... Als die Engel die Himmelssöhne sie erblickten, gelüstete es sie nach ihnen, und sie sprachen zueinander. Wir wollen uns Weiber aus den Menschenkindern wählen und uns Kinder erzeugen. Alle anderen bei ihnen nahmen sich Weiber, und jeder von ihnen wählte sich eines aus. Dann begannen sie, zu ihnen zu gehen und sich an ihnen zu verunreinigen, und sie lernten sie Zaubermittelbeschwörungen und Wurzelscheid schneiden und machten sich mit Pflanzen bekannt. Sie wurden nun schwanger und gebaren Riesen, die 3000 Ellengross waren. Diese verzehrten alle Vorräte der anderen Menschen. Als aber die Leute ihnen nichts mehr geben konnten, wandten sich die Riesen gegen diese und frassen sie auf. Und sie begannen sich an den Vögeln, wilden Tieren, Griechtieren und Fischen zu vergreifen, das Fleisch voneinander aufzufressen und das Blut zu trinken. Da klagte die Erde wieder, die Unhulde. Ich hasse solche biblischen Texte, ehrlich gesagt. Ich habe so kompliziert und schwierig geschrieben, dass man nichts versteht. Anamorpha des Heiligen Kühe. Wir bitten und erflehen deine Barmherzigkeit. Freund der Menschen, verurteile uns nicht zur ewigen Verdammnis, noch lasse jene im Stich, die dir zu diensten sind, noch verbanne uns aus deinem Blickfeld, noch sage uns, dass du unsere Gesichter nicht erkennst. Fülle unsere Häupter mit gesegnetem Wasser, gib uns ein Brunnen für unsere Tränen, auf das wir zu deinen Füssen unsere Sünden beweihen können. Denn wir sind nur demütige Diener, die auf deine Weide grasen. Befreie uns von unseren Missetaten und vergib uns unsere Schuld, ob sie freiwillig oder unfreiwillig, bewusst oder unbewusst, im Schatten oder bei Tageslicht, längst vergessen oder aus unserem Gedächtnis getilgt begangen wurden. Denn nur dein heiliger Name bleibt. Erhöre die Bitten deines Volkes, blicke auf das Leiden deiner Diener, Lass nicht zu, dass meine Sünden oder die Unreinheiten meines eigenen Herzens die Herzen anderer gegen den Heiligen Geist erhören. Wieso wird uns oben jemand angezeigt, wenn da niemand oben ist? Ja, es ist niemand. Ich denke, ich könnte etwas stärker sein, vielleicht. Wir haben keinen Alkohol unter diesem Ruf. Wir haben keinen. In der Name des Vater, und des Sonn, und des Heiligen Geist, ein Gott, Amen. Zuleika ist die Frau von der Mann, die ich verletzt habe. Sie hat mir letters geschrieben, während ich in Zeit verletzt habe. Das ist wie wir zwei zusammengekommen sind. Durch Begründung. Was? Ich sage Ihnen, dass du den Mann, der dein Bruder verletzt hast, off der hook? Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Whether it finds enemies or neighbors, God's love knows no bounds on Earth, and neither should ours. Not buying it. Not at all. You believe in a merciful God, yet he allowed for your brother's murder. Let it happen. I grieved for Reuben. You cannot know how much. I wanted him back. But then God showed me his plan, and I found peace. The Lord knows I regret killing Reuben, but if not for him, I never would have found the path to God. Yep, still not buying it. I guess then, you don't believe in the Creator. Nope. Absolute gar nicht. Can't say I do. Zuleika and I have a running dispute. I was thinking you could help us resolve it. No, no. I never agreed to anything like this. I'm all ears. Joshua, he thinks he's the Messiah and wants to end his own life. That is not true. I never said I was any sort of Messiah. Suicide? Do you really think that's what the Lord could ever want from you? It won't be suicide. I still don't get what's happening here, Zuleika. When they put Joshua away, the Screamsheets devoted space to him on page five. But when they discovered he'd found God, suddenly he was on primetime TV. What's wrong with using a platform to tell people about my faith and God's grace? We are way past that, Joshua. Instead of being executed in prison, he agreed to let Braindance Studio Vultures record his agony as he's being crucified. Wow, okay. Why the Braindance? What's in it for you? Zuleika transformed me into a child of God. It's time I repaid that debt. I want to bear witness to love's existence in a manner that all the lost souls on this wretched earth can understand. Why love? If unconditional love exists, then so must God. It's time the world was reminded of his divine presence. Think of the millions jacked into their feeds like livestock. The children growing up in gang-infested streets. Do they know, love? Think of the joy toys on Jigjig Street. Coked-out corpos in their offices, and murderers who stalk the streets. I want to reach them. I will reach them. Think of paid killers like you. Do you, V? Have you known, love? Do you know what it is? Mother's home. Joshua Stevenson. We meet again. And who are you? My name is V. Go. You are not welcome here. Mrs. L. Amara. I have come to beg you for forgiveness. You... You murdered my son. That is something I can never forgive. I truly do regret the pain I have caused you. Out of my house. No! Just go, please. Out! All of you! We should leave. Really. Please, Mrs. L. Amar. Murderer! It's okay. It's okay. Just go. You took my Ruben from me. My child. My son. Let's go back to the car. Just go. My Ruben. Was zum Teufel ist das hier, bitte? Wo bin ich hier nun schon wieder reingeraten? Mitten in einer Gottesverschwörung oder sowas. Just wish I could have talked to Gloria, you know, explained everything. Somehow I thought... I thought she'd find it in her heart to forgive me. Time to grab a bite to eat. Who could blame her? It's not easy to forgive your son's murderer. Stevenson, we all knew how that would end. If you forgive anyone their sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Really aim to spin a virtue of your crucifixion? Yes, really. You'll be kicking up a shitstorm. Haters gonna hate. It is something I must do. For if this won't shake the world to its core and wake us from our collective nightmare, then nothing will... It's not better now. It's a nice brain-end for an schwarzmarkt. Take Stevenson inside. Grab a solid table. Need a word with our stowaway here. Wait a second. I want to talk. So, what do you think about our next big BD-Star? Super. Perfekt. Perfekt. So, she brought him to be a psychiatrist. I think he's a nice guy. I don't know what I think about him. Time to Eddie's meet. He's got some organic chips loose. Needs psychiatric help. Hmm. My thoughts exactly. But it's too late for that. He's as crazy as you say. Why is he so important to you? Because Stevenson's got a little something that's in short supply, but in very high demand. That little something's called authenticity. And that brain composed entirely of cat shit at this point. He truly believes what he says. I think he might be more self-possessed than you think. Look, you're no shrink and neither am I. We're both just out to get paid. Stevenson could be a fattled fucking gold vein for our studio. And that's my concern because... You're fucking with his mind, asking probing questions. You're making him doubt, and most importantly, jeopardizing my investment. So I'm prepared to pay you double what he's promised to you to quietly walk away. Don't do it, Fee. He gets nurmskelt. He's verlockend, aber... He... Erde kind of... What are you waiting for? Aber... Neh. My answer's no. Why do I think you don't understand what I'm offering you? Understand just fine. Let's go inside. Vor allem, wenn er's Johnny schon sagt. Not bad for a petty mark off the streets. Corporate rats. Think they can solve everything with Eddie's. And you proved her wrong. Just don't make her desperate. She's liable to bite back. I don't see every kind of dirtbag in this city. This Jesus shit ain't fooling me. You even think about making a break for him. Your ass is going down. He's paying you to open your mouth, Vasquez. Got a tough customer without Vasquez. Even for a badge. He is set in his ways. Like so many men. Vasquez, he blew inside and out. Might as well have been born with a badge. Must have some solid dirt on him then. The studio majority stakeholder's a corp. Unlike you, Vasquez would clearly mind having enemies in high places. This brain dance. I'm curious. Tell me more. Titles, the passion. We're speaking to the LCD, of course. And it's gonna revolutionize BD. How so? Well, Stevenson's furlough is only so long. We can only scroll the last bit with him. But we'll fill in the run-up to the finale with BD doubles and Nemo Bank assets. It'll feel like Stevenson, though. How is that even possible? Give me a break. We're part of EBM. Infinite investment in tech. A couple of years, and we won't be using actors anymore. My dream of the day. So why Josh? Sounds like you don't even need him now. The son of man's agony. You can't weave it strictly out of digital threads just yet. Can we please talk about something besides faith? Josh, your night. Topic of choice. Uh, I don't know. I spent years not talking to anyone. Okay, nothing hard. What do you do to relax? Uh, let's see. I-I-I read scripture. I watch brain dances and movies. Did you hear about the remake of Badlands Raid? Darn it! Threwd! Follow your instincts! Mr. Stern. Original's always the original. And ten times better. Chatter's pointless. That's enough. Stevenson can't be distracted. He has to focus now. Isn't this? Relax, Rachel. Yes, why- I don't know anything about you. How do you spend your leisure time? What do you do to unwind? None of your fucking business. I mean it as a serious question. I meditate. Didn't take you for one with a spiritual side? You being... Well... You... Know what your problem is, all of you? You refuse to understand that spirituality can only ever be personal. And why the fuck are you here anyway? For the free meal? Tell you exactly why. No! I don't give the slimmest shit what you have to say! Ugh! All this talk about grace and salvation and transformation! I could puke. Take it from a BD producer? Religion's an elaborate lie. All of them. But... Rachel... No, we're done for the day. Wow. Finish your meal. We'll put you up at the studio. And you... Get lost. I'll get your fee soon. Goodbye, V. I am truly glad to have met you. Irgens echt noch mehr am Arsch vorbei als mir. Props. Really well played, Dad. What do you make of it all? Guy just might be the biggest nutjob I've ever seen. But it's still corporate exploitation. Hmm. Your cynicism's starting to wear thin on me. We could talk in circles, but who cares what we think? What would it change? The corpse will continue to grow rich off his type, and the masses will live on with their pintries. Hang on. Where's Rebel Johnny? He seemed to have lost him. Well, I found him. He's inside that guy. He's the real rebel. Make up your mind. Which is it? Nutjob or Messiah? He's fucked in the head. The world's fucked in the head. And you're fucked in the head because my fucked up head is inside it. Guess if you want to save the world, that's the first step. Get fucked in the head. What do you think? God exists. Fuck. Kill me, please. Come on. Serious question. What? Why? So you flatlined, then got your beat back. Don't tell me that's left you wondering if a construct can even be saved. According to the incorporated press, corn harvests have dropped by 80% from last year's use. You're gonna tell me you don't think about being a digital psyche? Possible consequences thereof. Really? I mean, are you already dead? Or alive till the last existing digi-ghost of you is shredded? Meaning like, am I gonna ascend to digi-heaven? Descent to digi-hells more likely, but... Yeah. If there is life after death, is Silverhand already living the afterlife? Meaning I'm talking to his animated epitaph? I don't give it an ounce of thought. Surprise. To me, I'm just that. Me. No netherworld. No happy wonderworld. Just duped digital psyches. I can't. Weird as fuck today. It's kind of unreal. But reality beckons. Come on. We got places to trash. Kaboom! Saw yourself a Kistador, an explosion of chase! Oh my gosh. He's not... He's not... He never goes out. He's not much. He's not much. There's a slouching thing in me. I mean, we're using this fernse. And Johnny, he's not very good. Aber ich frage mich, haben wir jetzt die Missionsreihe falsch abgeschlossen, dass sie nicht mehr weitergeht? Kann das denn möglich sein? Dann schließlich wird hier nichts angezeigt. Hmm... Was soll ich davon halten? Ich glaube wir haben sie hier verkackt, was die Missionsreihe angeht. Ich weiß nicht, dass ich nur ein dumm kuss. Du denkst, ich bin nur ein dumm kuss? Geh zurück! Hier we go! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! I'll give you a rip! Ich hab kurz mal ein paar 6-3 Glow-It-Haus gelöscht, die Waffe ist auch nice! Na ja, gut ... Ich würd sagen das wars erstmal wieder vom saiyopunk 2077... ... vielen Dank fürs Zuschauen und bis jetzt beim nächsten Mal wieder! Haut rein! Tschüüüüüü! Ich bin hier. In 2077, sie haben meine Stadt, der schlimmste Ort in der Amerika leben. Hauptprobleme sind die Höhe der Gewalt und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line als woanders. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Samurai We have a city to burn We have a city to burn We have a city to burn